Dieser BMW 1800 TI wird an einem Rundstreckenrennen teilnehmen, doch zuvor muss er noch tausend Kilometer Anfahrt zurücklegen, für den Großstadtverkehr über Autobahnen. Kein Problem für den TI, denn er ist als komfortable Reiselimousine gebaut. Was sie nicht daran hindert mit ihrem TI an Rundstreckenrennen teilzunehmen und zu gewinnen. Aus Freude am Fahren, BMW.